Kim bei Koch Folge 47 Empfang zum Gewinn des Be Efficient Awards Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kim bei Koch. Wie ihr ja schon ist, konnten wir den Be Efficient Award 2016 für uns entscheiden. Anlässlich dieses Sieges hat unser Chef einen kleinen Empfang für alle Mitarbeiter organisiert. Hier einige Eindrücke davon. Viel Spaß dabei. Nachdem wir vor zwei Jahren den zweiten Platz erreicht haben, hat es eben dieses Jahr gereicht. Und gestern Abend haben wir dann eben die Urkunde. Vor allem dieses im nächsten Tatort als mal die wohlgesehene volle Teil. Also ich finde es sieht richtig klasse aus. Hat auch die richtige Größe. Zu pompastisch, aber hat etwas, dass ich eben diese Biene-Fischen-Spirale und es geht nach oben. So wie hier in Fabrik Leck. 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 Ja, das ist ein Wettbewerb.